Herr Hippentraut, Sie sind Hasenbrüter. Das ist ein seltener Beruf, nicht wahr? Ja, ja, ja. Und wie, ich meine, Sie brüten Haseneier? Ja, 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 Haseneier. Ah, ja. Benötigen Sie dazu eine besondere Ausbildung? Nur eine gleichmäßige Körpertemperatur und die Liebe zum Ei, zum Hasenei. Natürlich. Kleine Kinder denken ja immer noch, dass der Osterhase seine Eier selbst versteckt. Aber das ist eine Lüge. So? Den Osterhasen wird zu Ostern das Gelege weggenommen. Die Eier werden ihm heimlich weggenommen. Ach was? Weggenommen, versteckt und gegessen. Junges Hasenleben wird bereits im Ei vernichtet. Der Hase ist zum Aussterben verurteilt. Unerhört. Und Sie haben... Darum stellen wir die übrig gebliebenen Eier sicher und brüten sie aus. Meine Gattin und ich. Natürlich. Unsere Jung-Osterhasen gehen an Hasenfreunde in aller Welt. Nach Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Diering... Brüten Sie denn... Schleswig-Holstein, Niedersachsen... Brüten Sie denn... Hessen, Bremen, Kuba... Brüten Sie denn mit... Brasilien, Polen, Chile, Mexiko... Brüten Sie denn mit einer Maschine oder was oder wie? Nee, alle Eier sind handgebrütet. Wir sitzen drauf. Natürlich. Das ist ein sehr schöner, dankbarer Beruf. Ja, 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 ja. Aber wir sind die letzten Hasenbrüder in Europa. Und wenn wir mal nicht mehr sind, das wird eine Katastrophe, wird das. Natürlich. In zehn Jahren gibt's nur noch Plastikhasen und keine Eier. Ah, ja. Schluss. Aus. Herr Huppentraut. Hippentraut. Herr Hippentraut, Sie wollten uns noch eine Probe... Ja, ja, ja. Ich habe bis eben ein Hasenei gebrütet. So. Ich glaube, es ist soweit. Das Häschen kommt heraus. Ja, da ist es schon. Das ist kein Hase, Herr Hippentraut. Ja, ja, ja. Das ist mir sehr peinlich, Herr Rösner. Aber hätten Sie denn... Hätten, 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 hätten. Unter tausend kommt das einmal vor. Ich will es wirklich nicht. Sie müssten es aber wissen. Ich stecke doch nicht drin in dem Ei. Sind Sie Hasenbrüter oder ich? Ich. So. Guten Abend. Guten Abend.